Willkommen auf Mauritius, meine Freunde. I put towards my dreaming, but the only thing in life that has meaning, are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand and damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power, don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to god they all let me down, I always fought just to wear the crown, I'm pissed off at these fucking clowns, who were all taunt, they deserve an ounce, it's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it, I won't stop till they hear me now, I won't stop till I wear the crown. Yo, let's go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems, man, it's hard to be seen, when everybody wants to begin, yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing, do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to god they all let me down, I always fought just to wear the crown, I'm pissed off at these fucking clowns, who were all taunt, they deserve an ounce, It's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it, it Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das war Mauritius und wie man vielleicht am Hintergrund erkennen kann, bin ich nicht mehr auf der paradiesischen Insel, sondern zurück im 5 Grad kalten Deutschland. Aber ich dachte, diese kleinen Impressionen alleine sind vielleicht nicht genug und ich sollte vielleicht erklären, warum zur Hölle ich überhaupt da war. Denn es war nicht nur ein intensiver 2 Wochen Urlaub, wo ich die ganzen Sachen erlebt habe, sondern ein 5 Monate langer Aufenthalt in einem Auslandssemester. Ich ging dort zur Curtin University, einer der führenden, ich glaube Top 1% der Designer-Unis weltweit und habe da ein Semester verbracht. Ich muss sagen, es war schwieriger wie in Deutschland tatsächlich und deswegen habe ich auch sehr viel von meiner Freizeit investieren müssen, damit die Noten einigermaßen gut waren. Waren sie. Heißt, diese Clips, die ihr gerade gesehen habt, waren eben von den gesamten 5 Monaten. Und da habe ich einige Ausflüge gemacht und möchte kurz die besten sozusagen erwähnen. Wir waren auf einer Dolphin-Watching-Tour, wo wir auch eine sehr schöne Insel neben Mauritius besucht haben. Die wirklich so genau paradiesisch ist, so wie man sich eigentlich diese Tropen vorstellt. Wir waren auch auf einer Whale-Watching-Tour, wo man wirklich so das Muttertier mit dem Kind gesehen hat. Das war extrem cool und wir durften auch mit den Tieren tauchen und konnten sie sozusagen so von nah aufsehen, wo ich, muss ich sagen, einen Schreckmoment hatte, weil an einer Stelle bin ich reingesprungen. Und ich hatte meine normale Brille auf und die Taucherbrille drüber. Und das Problem ist, dass Wasser reinläuft und ich sehe nichts. Und ich war gerade am Ausleeren von der Brille und der Käpt'n von dem Bootwart drauf war und ruft so, get away from there, move, go, go, go. Und ich so, warum? Ich habe die Brille aufgesetzt, unter Wasser geschaut und der Wal war drei Meter vor mir. Ja, und Bade selber sind ja nicht so gefährlich, aber von der Schwanzflosse willst du auch nicht getroffen werden. Wir waren auch später, als mein Vater dann vorbeikam, noch insgesamt an sechs Tagen beim Fischen draußen mit, ja, mittelmäßigen Erfolg. Wir haben ein paar schöne Fische gefangen, einmal einen Wahoo, einen Mahi-Mahi, ich habe einen Yellowfin-Tuna gefangen. Wir hatten auch mal einen 300 Kilo Marlin an der Angel, aber der ist uns dann abgehauen. Leider, muss man sagen, das wäre wirklich das Highlight gewesen und das T-Shirt habe ich genau deswegen angezogen gehabt. Ihr habt in dem Clip vorher einen Hai gesehen, der war natürlich in dem Aquarium, aber es gibt um die Insel ganz viele Haie. Wir waren unterwegs beim Fischen und wir hatten einen Doubleheader, also zwei Angeln mit einem großen Tuner dran. Und mein Vater und ich haben gleichzeitig gedrillt und plötzlich war sein Fisch weg, nach ungefähr fünf Minuten. Und der Käpt'n hat uns gesagt, ja, das war ein Hai, der den Tunfisch gegessen hat. Zehn Minuten später, als ich dann so an der Angel hing, kam dann auch ein Hai und hat meinen Tuner gegessen, was mich natürlich sehr geärgert hat. Aber das passiert, da drüben gibt es nämlich Bullenhaie, Tigerhaie, Hammerhaie, ganz viele Haie. Ansonsten, nicht-nautische Sachen haben wir auch unternommen. Wir waren in einem Adventure Park, sag ich mal, mit ganz vielen Ziplines. Mit unter anderem einer eineinhalb Kilometer langen Zipline. Da habe ich genug Videomaterial für ein ganzes Video, vielleicht mache ich das ja noch. Ja und ansonsten sind wir auch einmal um die Insel gefahren sozusagen, haben uns fast alle Strände angeschaut, weil das meiste da drüben sind Strände. Und ansonsten kleine Ausflüge, sind in viele Clubs gegangen, auf Partyboote. So einfach nette Abende da verbracht. Über Mauritius lässt sich ein paar Sachen erzählen, zum Beispiel sie fahren links anstelle von rechts, was glaube ich vom Indien kommt. Sehr viel indischer Einfluss auf der ganzen Insel, das Essen, die Leute, ich glaube 40% aller Leute auf Mauritius kommen von Indien. Curries sind da drüben sehr beliebt. Ansonsten gibt es sehr viele französische Influences, das kommt aus der Geschichte, weil sie mal von Frankreich eingenommen wurden. Und deswegen gibt es da sehr viele Macarons und kleine Cafés und so weiter. Was man halt erkennen kann ist, dass sehr viel von Mauritius vom Tourismus lebt. Vor allem an den Stränden außen rum hat man superschöne Hotels, superschöne Häuser, Resorts und so weiter. Und die ganzen Angebote mit Angeln und mit rausfahren und Party machen sind wirklich alle für die Touris gedacht. Ansonsten ist die Insel leider, muss man sagen, relativ arm. Man sieht relativ viele Leute am Straßenrand, die zum Beispiel einen kleinen Fruchtstand haben oder so. Und es könnte potenziell die einzige Einnahmequelle sein, aber so genau habe ich jetzt nicht drauf geschaut. Schließlich war ich einer dieser Touristen. Ja und die Touristen da drüben werden ziemlich hart abgezockt teilweise, aber das wird bei der Ankunft uns schon gesagt. Deswegen wissen wir da auch Bescheid. Und zusammenfassend lässt sich sagen, Mauritius ist schön. Einen Besuch ist es schon wert. Würde ich nochmal dahin zurück. Eher nicht. Das hat ein paar Gründe. Einerseits gibt es dasselbe Angebot, so an Stränden und Tourismus, an anderen Orten auch. Die vielleicht potenziell sogar schöner sind. Zweitens ist Mauritius wirklich nicht geeignet für einen Autoenthusiasten. Und da mache ich auf jeden Fall noch in der Zukunft ein Video drüber. Warum das da drüben so schrecklich ist. Ja und das war es soweit. Das ist die Erklärung, wo ich die letzten 5 Monate gewesen bin. Ihr müsst entschuldigen, dass ich in der ganzen Zeit nur das Formel 1 Go-Kart Style Video gemacht habe. Das ihr definitiv anschauen solltet. Übrigens Infokarte hier irgendwo. Ja und für alle, die jetzt noch dabei waren, habe ich jetzt noch eine kleine Zusammenfassung von Luis und Charlotte. Zwei von meinen Kompagnons, die gern surfen gegangen sind. Und ich durfte da einmal mit. Und habe vom Ufer aus sozusagen die beim Surfen gefilmt. Und habe ein kleines Mini-Video zusammengeschnitten. Also Luis, Charlotte, dieses kleine Filmchen ist für euch. Und an alle anderen. Ich hoffe ich sehe euch in den nächsten Videos. Die nächsten wahrscheinlich über Mauritius. Und danach wieder verschiedenstes von hier, was mit Autos zu tun hat. Also hoffe ich, ihr driftet eure Hand über den Abonnenten-Knopf. Macht einen Burnout auf dem Like-Button. Ja und ich sehe euch nächste Woche. Und jetzt noch das kleine Surfing-Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.